... ... ... ... ... ... ... ... ... Na dann suchen wir doch mal das richtigen portal hier jayna versus the shade of the rod i'll teach you respect you asked for it no loud music in my tower meet aran the curmudgeonly ghost i am not some simple jester i am nila saran amazing out out job done excuse me you are on fire i serve the fire lord the dragons have devoured the buffet and now they are eyeing the murlocs excuse me you are on fire the master is mighty but i have powers of my own so this time is this time Er knallt alles raus. 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 Ich bin ganz stark für Victory. Er knallt alles raus. Ich habe noch nicht so viele Mobs. Ach, er hat gleich Windfury. Er knallt alles raus. Er knallt alles raus. Ja, dann wäre es wahrscheinlich sinniger gewesen, irgendwas zu spielen als das hier. Jetzt wird er mir erstmal bis Runde 6 die ganze Zeit dauffress geben. Er knallt alles raus. Er knallt alles raus. Er knallt alles raus. Na, das lief doch wie geplant. Er knallt alles raus. 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 Er knallt all. Er knallt alles raus. Aber nicht die schlauste Wahl, definitiv nicht. Sober. Wer stützt meine Forschung? Für Doomhammer! Diese Beams empfehlen den Dragon. Use Minions, um sie zu blockieren. My Experiments! Leave him alone. So many worlds, so much to learn. Stop touching the Portals! The Flux-Modulations are precisely tuned. Just tell us, which one has Medivh? Leave! Eigentlich müsstest du dir für den Deck bauen mit relativ vielen Thorns. Müssen ja nicht groß sein, können auch klein sein. Die kannst du dann rechts stellen. Und irgendwelchen billigen, Hoch-Damage-Karten, die du links hinstellst. Ist das jetzt eine prophetische Aussage oder dein Plan? Ja! Ja, wir probieren das einfach mal so. Ja! Nee, nicht nötig! Ja! Ja! Well done! Now, if I can just recall how this functions... ... ... ... ... ... So, mal schauen. Wir sehen hier leider überhaupt nichts. ... 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 Das ist es. Nasra will rule this puny world. Oops, wrong Portal. Fight the orc so I can try again. Thrall versus Nasra. Power before the Horde. For Doomhammer. Sorry, take care of this one and I'm sure I can find the right controls. Ja, die sieht aus. Man what knows. I just died. Told you of course joining he is too bad. Das war doch mal nett. Ja, ja, ist ja gut. Ich befürchte ja nur, danach kommen noch ein paar andere Gegner. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, das ist, glaube ich, der Beste, den man kriegen kann, ne? Aber es ist, glaube ich, erst 이야, ist das sogar geil. Ah, der Meichitzer, oder wie er heißt. Just, don't scratch it. Out of my way, fool! There is a lot at stake here. I hear the music, the medieval, the party. Tonight is my night. Ist ja auch gemein. Der Arme am Meichitzer ist nicht eingeladen. Das ist sehr fies. Das ist gut! We must cleanse the Sunwell. Do not push me! You face not Malchazar alone, but the legions I command. I'll get rid of that. You are not the boss of me! Elements I like. Totems I love. First! Ach, das war doof. Naja, egal. Jetzt kriegt der Doom oder so'n Scheiß gleich. Ja, das lohnt sich so'nig, aber gut. Was ist das? 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 Was ist das?